Hallo so Leute, zu einer Runde Aura PvP Plus auf einer neuen Map und ich hab heute Lars dabei! Hallo! Und Lars ist genauso neu gerade auf der Map wie ich und wir haben keine Ahnung. Achso, die Schutzzeit ist jetzt erst vorbei. Was sind wir eigentlich? Das ist grün, ne? Zack! Wow! Alter! Hohoho! Yo, ich hab einen rausgeworfen! Nein, der hat sich gerettet, schade. So, wie rette ich mich? Wo bist du denn? Sagen wir mal so, ungefähr da wo du bist, bloß 20 Blöcke tiefer. Okay, das ist jetzt irgendwie ungünstig. Okay, ich hab ne Idee. Okay, nice. Alter, nee, what? Wo ging die Enderpelle denn schon wieder hin? Ah! Und da ist ein Ruder! Komm, 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 komm! Hallo, darf ich ihn treffen? Es wäre sehr nice, wenn du runterfällst in deinen Tochter. Okay, da ist grad einfach mal alles geplatzt. Da ist er wie Aura PVW Plus. Vorsicht, da ist so ein blaues Wesen hinter dir. Und da war auch noch gelb. Was? Nein! Da hat er sich geändert. Nein! Ach so, das war's nicht du. Ich dachte schon. Woh! Hi! Woh! 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 So, weg damit! Woh! Ist wieder hier gelandet. Komm, 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 komm! Oh, schön im Team zusammen. Der bleibt schön bei uns, unser Teamkollege. Das ist gut. Ja, das ist echt gut. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass das auf Anhieb so... Mal komm, jetzt fall doch mal da runter! Nochmal! Oh! Okay. Ich bereibe! Ah! Burn, baby, burn! Irgendwie in der Wand. Ach nee, doch nicht. Alter, dieser Sound von dem Explosieren, ne? Alles krass, ne? Oh, jetzt mischen sich hier noch ein paar mehr ein. In diese Action. Komm! Yo! Oh, schlisse! Nein, bleib hier! Oh! Komm, 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 komm! Ich bin jetzt gleich... Nein! Ich bin tot! Oh, Mann! Scheiße! Wo bist du denn? Nein! Da war ein Loch! Ja, ich bin auch runtergefallen. Okay, dann gehen wir mal schnell in den Hub und hoffen, dass da irgendwo schnell was frei wird. Aber eine 12x1 möchte ich dann doch nicht. Nicht? Nee! Ich möchte doch mehr mit dir intim werden. Oh ja! Ah! Da, gleiche Map. Wenn der Count da runterläuft, dann bin ich ausklicken. Äh, warte, 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 in der Zeit sind wir schon intim? Sind wir schon intim? Ja, wir sind intim. Sehr gut. Äh, ich werde derweil einmal kurz ein bisschen enttäuschen und in meine Kopfhörer wieder neue Batterien einsetzen, damit ich ja auch vernünftig was höre. Meinst du? Meinst du aus der LAN-Party? Aus meiner LAN-Party-Tüte, genau. Aus meiner LAN-Party-Tüte, genau. Aus meiner LAN-Party. Zur Erklärung können wir Zuschauer sagen, wir sind gerade wahrscheinlich so anderthalb Wochen in der Vergangenheit und haben eine LAN-Party jetzt hinter uns. Wir sind beide mega übermüdet, aber dachten uns, komm, so ein bisschen Aufnahmen ist schon ganz nice. Das mag ich auch immer. So, jetzt habe ich auch wieder meine Maus in der Hand und höre dich noch viel, viel klangvoller, als es vor zehn Sekunden noch war. Oh yeah! Und äh... Uhuhu! Guck mal, beiden... Oh, ich kam nicht mehr richtig drauf. Oh, ganz woanders gespawnt als gerade. Reg mal Leiter hoch. Ja, genau! Als ob, als ob, hier sofort ein Gast kommt! Ja, genau! Well, that escalated quickly. Alter! What the motherfucking shit is going on here? Guck mal hier ein bisschen. Rambat, Zommer mach! Woah! Die will stunten! Die landet! Die landet! Danke! Aber direkt in Feuer gelandet, das war natürlich nicht ganz so toll. Oh komm, lande in der... Alter! Voll zwölf Creeper, ne? Ja? Äh, ja, ich... Guck mal da unten! Trägt ne ganze Creeper-Parade! Wuuuuh! Alter! Wow, 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 wow! Au! Aua! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ahahaha! Ist das geil! Der sieht schon sehr los. Ich seh einfach nur noch Creeper ohne Ende. Boah! Gibt's hier Essen? Da gibt's Essen. Oh! Ja, hier fliegen auch so ein paar Gasten. Ja, genau! Erschaffe einen Gast! Zack! Ich hab auch noch einen gemacht! Wuuuh! Ja, genau! Wie geil ist das denn? Ich hab auch so das Gefühl, dass die manchmal auf uns Tote schießen, die Gasten. Ja, block me! Block ist für mich! Weil ich fühl mich irgendwie regelmäßig beschossen von den Viechern. Oh ja, ich glaub die mögen nicht. Hi Creeper! So! Wow! Ja, wir alle hier nur noch versuchen hier einfach den... Nice! Den... Die Ender-Fern von denen haben jetzt wenig erreicht. Stop! Oh Gott! Ist das schon... Jo! Das ist schon Finale, glaub ich, ne? Wow, nein! Ihr seid noch passiert. What? Ist auch runtergefallen? Oh nein! Ich bin nachher an Fallschaden gestorben! Oh nein! Oh, wie behindert! Oh Gott! Ich hab mich selber hier totgeworfen. Komm, direkt noch eine Runde hinterher! Wir schaffen das direkt nochmal! Oh Gott! Ist das lustig! Äh... Mal gucken, ob wir eine andere Map finden. Äh... Nicht die klassische Aura, sondern... Was war eigentlich auch grad eine andere, oder? Kann man das nur so vor? Ja, das waren schon zwei verschiedene. Ich mein, das hätte... Ja, komm! Geh neuer auf hier! So, ne... 12x1 wollen wir nicht. 12x1 wollen wir immer noch nicht. 12x1 ist das da auch. Hallo? Leute! Gebt mehr als Duff, den ich habe! 6x2 ist voll. Überhaupt mal irgendwas grün! Hallo? Ja, da war grad einmal ganz kurz 6x2. Ja, genau! Als ob das so schnell da reingehämmert. So, dann sind wir diesmal... Okay, sind wir wieder Team Rot? Oh, das bringt kein Glück, dass Team Türkis gehen! Du willst Türkis? Ja, los! Nein! Bist du drin? Ja, geil! Team Rot hat uns ja grad kein Glück gebracht! Nicht wirklich! Der nächste Woche! Aber vorhin hatten wir blau, glaube ich, davor die Runde? Waren wir nicht grün? In der ersten? Oder grün, das kann auch sein, ja! Boah, Alter! Aber das ist ja richtig lustig mit dem Gas und allem! Boah! Ich würde mir halt wünschen, dass man dann irgendwie Wasser setzen kann. Das wäre doch ganz cool, dass man sich immer löschen kann! Boah, die ganze Scheiße! Aber zumindest so, dass man sich generell löschen kann! Es muss ja nicht liegen bleiben! Es muss ja nur einmal kurz da sein! Aber das wäre schon auch nice! So, dann versuchen wir mal! Die Jump'n'Run ist echt langweilig geworden hier! Oh, ach du Scheiße! Sieht das geil aus! Ist schon cool! Das hat echt was! Ah, Spinnweben haben wir jetzt! Schneewelle! Und wieder eine Angel! Spinnweben! Das ist natürlich nachher für uns! Das ist richtig gemein! Oh, hi! Ah, geil! Der andere war für uns! Bleib bei uns! Da ist ein Gründer! Bei uns! Oh, komm, komm, komm! Den kloppen wir direkt mal hier! Okay, jetzt versuchen wir mal möglichst ohne Enderperle zu bleiben! Oder ohne Enderperlenutzung! Das wäre natürlich schön! Und zack! Oh Gott! Was? Wo ist er gelandet? Wow! Nein, die ist da drunter gefallen! What? Okay! Nein, sie hat getroffen! Was seid ihr? Äh, in der Mitte! Exakt in der Mitte sogar! Wow! Komm, komm, komm! Hi! Ach da! Oh, Alter! Das ist die Enderperle! Wow! 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 Die Map hat's in sich! Echt! Wow! Das ist schon wieder dieser Gamer-PVP-HD! Und... Ja! Genau! Schön abgelenkt! Wow! 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 Die Grüne! Back den Boden! Äh, ne! Wow! Wow! Alter! No! Alter! Ich schau einfach die ganze Zeit überall drauf! Ob ihr das jetzt seid? Das ist ja... Ich bin jetzt weg! Nein, doch nicht! Nice! Hi, Lars! Hi! Wo ist der? Da oben! Über mir! Komm, 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 komm! Geh raus! Ah Gott! Ich brauche rein! Player 3! Joint the Game! Nanana! Ich glaube, uns kannst du sogar gar nicht schlagen! Dann schlagen deine Teamkameraden! Ja! Darum ist einer! Unser dritter Mann ist verloren! Oh! Aber es sind auch generell nur noch zwei Zweier-Teams! Mann! Gott! Ich will sie da oben kriegen! Wow! 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 Die ist ja ungefähr zehn Jahre geflogen! Ja, meine auch! Und ich habe im Wasser gebackt, deswegen muss ich noch eine benutzen! Oh, hi, Lars! Hi! Mann! Kann ich nicht mal bei den Sounds rüberfliegen? Das ist doch doof! Ja, das frag ich mich auch schon! Die meiste Zeit schlage ich die nicht mal weg! Oh, hi! Oh, wir sind nur noch auf drei Teams! Wow! Was war das? Oh! Nein! Der kommt auch wieder! Oh nein! Das war ein Schneepal! Ah! Oh! Okay! Wie ist das? Wie ist das? Okay! Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Weg gekriegt! Oh! Oh! Komm! Triff! Triff! Nein! Okay! Dann bin ich jetzt noch alleine hier! Oh! Das schaffe ich! Oh! Nein! Wow! Oh! Der Showdown! Okay! Ah! Okay! Achtung! Jetzt hinter dir wieder! Okay! Okay! Ich glaube, ich muss mal weg! Ich muss mal weg! Ja! Du nimmst es wörtlich, ne? Ich muss mal weg! Dann! GG! Ich danke dir fürs Mitspielen! Und Leute! Sagt bei eurer Meinung zu dem neuen Aura PvP! Und schreibt es in die Kommentare! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Cheerio!